und da ist sie wieder die gruppensitzung mit herren also herzlich willkommen zur dritten ausgabe von home office und bevor wir einsteigen zu den kollegen nach chemnitz und leipzig erstmal vielen dank an die vielen zuschriften die die letzten tage bekommen haben also scheint euch gut zu gefallen hier unsere aufarbeitung der letzten ereignisse und ich muss entschuldigen dass ich heute nicht so ganz up to date bin erstens mal habe ich noch eine kleine baileys attacke von meinen brüdern zu verdauen die war nämlich heute hier um etwas zu feiern es ist tatsächlich so der herr stein hat die 50 voll gemacht heute danke an all jene die mir heute gratuliert haben und danke auch an all die fans da draußen vor allem ali nerdim chetin danke ali dass du immer support ist und mit dabei bist und bevor es hier noch ganz sentimental wird gehe ich jetzt einfach rüber zu den jungs nach leipzig und schkeuditz er quatsch chemnitz guten abend die herren ich grüße euch und nochmals vielen dank für dieses tolle video von allen kollegen das hat mich wirklich sehr gerührt heute you made my day ja robert herzlichen glückwunsch zum geburtstag von mir hättest du dir das vorstellen können zu deinem 50 im katastrophen gebiet sozusagen zu sein also hätten wir uns vor wenigen wochen nicht vorstellen können weil frank dein jahr ist es ja auch du wirst auch 50 und eigentlich hatten wir da ja mit euch beiden eine sondersendung geplant aber die fällt jetzt erst mal ins wasser muss verschoben werden wie alles andere auch ja genau fragen das fällt erst mal hinten weg und das ist auch nicht so wichtig übrigens ich bin schon 50 ich habe meinen geburtstag schon gehabt also final dazu aber auch meine gratulationen an dich robert alles alles gute dir und ja was für ein denkwürdiger tag krass ist dass du an deinem 50 geburtstag abends jetzt mit uns zusammen hier arbeitest und sozusagen für das publikum auch da draußen so deiner verantwortung nachkommst und das finde ich richtig stark war ich mit 50 zum 50 geburtstag sagt man eigentlich gerade eine große feier sein aber es sind besondere zeiten wir müssen alle abstriche nehmen und deswegen freut es mich auch dass wir diese runde wieder zusammengestellt haben wollen wir vielleicht gleich am anfang mal einen blick auf die aktuellen zahlen werfen im worldometer yes danke für den hinweis wir sind heute jetzt am 17 dritten bei knapp 200.000 aktuellen fällen tote 7.949 und recovered knapp 82.000 was sehr auffällt der graf der geht ziemlich steil nach oben also die letzten tage jetzt ist also eine ziemliche zunahme und wenn wir rüber gehen auf die aktuellen zahlen hier in der welt ganz oben immer noch china mit 13 ich spreche jetzt nur von den neuen todesfällen die anderen kann man dann ja lesen deutschland sieben neue todesfälle und wieder italien und iran italien mit 345 neuen todesfällen und iran 135 spanien 191 also nach wie vor in diesen ländern scheint der hotspot zu sein und auch viel schlimmer von der entwicklung her wie es in china überhaupt jemals war das sind natürlich jetzt zahlen die allen menschen hier große kopfschmerzen bereiten und da kommen natürlich dann gleich auf das thema der maßnahmen der letzten 48 stunden jede was also quasi alle paar stunden wenn ich die nachrichten anschaue hat sich eine neue lage ergeben wie ist es denn jetzt in in chemnitz zum beispiel frank was was hat sich da ergeben in den letzten zwei tagen ist da schon jetzt so eine art ausgehverbot erlassen worden oder ist es bis jetzt erst nur die schließung aller aller großen einrichtungen es gibt noch kein ausgehverbot die öffentlichen einrichtungen sind geschlossen ab heute ab morgen ich weiß es gar nicht genau was kommt jetzt eben auch schritt für schritt ich wollte nur noch mal auf die zahlen darauf eingehen was hier bei diesen zahlen nicht das entscheidende glaube ich sind sind die absoluten zahlen auch die todes zahlen sondern entscheidend ist die die ratio zwischen total cases und new cases und wenn du wenn du dort mal so schaust da sind das ist für deutschland eine ziemlich ungünstige ratio es stehen hier die zahlen die wir haben 9300 fälle 2080 neue das sind über 25 prozent das ist die ratio die gefährlich ist die absoluten zahlen sind es nicht das ist das verhältnis 25 prozent neue fälle und da kannst du auch erkennen welchen ländern ist am übelsten abgeht italien 31.000 3500 fälle sind mathematik grob überschlagen um die zehn prozent das ist schon mal da ist schon mal die kurve ein bisschen gedrückt richtig übel sieht es auch in spanien auch auch aus aber deutschland wir stehen jetzt wirklich vor vor richtig harten tagen und ich glaube man muss kein hellseher sein um zu sehen die nächsten tage das ausgehverbot wird kommen also denn solange die kurve so ist wie jetzt das ist ja das was die was die verantwortlichen so in die panik treibt ob das alles gerechtfertigt ist oder nicht darüber haben wir schon diskutiert will ich mich gar nicht äußern aber das ist das ist sozusagen wie man auf die zahlen gucken muss warum woher diese diese angst kommt das ist dieser ratio von total cases new cases jetzt ist ja so dass in den letzten tagen vermehrt stimmen aufkommen die deutschland zu viel drastische drastischeren maßnahmen quasi zwingen oder aufrufen die regierung ist da bis immer noch ein bisschen träge und auch merkel scheint da nicht wirklich so voranzukommen rächt sich denn das jetzt frank was meinst du also ich bin der meinung ausgangssperren sind nicht notwendig aber ich kann das natürlich auch nicht wirklich fachlich beurteilen das kommt mir nur einfach so vor ich bin jetzt anhand der zahlen noch nicht im panik modus muss ich sagen ja 2500 tote in italien das das klingt unmenschlich wenn ich jetzt sage dass mich das nicht wirklich der art bewegt weil man ja davon ausgehen muss das sagen ja alle zahlen bisher dass der allergrößte teil dieser menschen eben menschen sind die sich ohnehin im sterbeprozess befunden haben das klingt hart ich weiß aber wir reden hier über die menschheit ja die sich bedroht fühlt und die menschheit ist nicht bedroht also selbst wenn wir das worst case szenario der WHO durchrechnen was da ja in einer simulation vor wenigen monaten immerhin mit 65 millionen tote weltweit ausgegangen sind dann reden wir hier über wie mal daumen 0,8 prozent der weltbevölkerung klingt viel 65 millionen tote so viel gas im zweiten weltkrieg aber es sind eben 0,8 prozent und ich finde 0,8 prozent ist keine bedrohung für die menschheit es ist eine bedrohung für unser gesundheitssystem es ist es sind wahnsinnig viele menschliche tragödien die sich da abspielen werden aber und es ist mit sicherheit aus virologischer sicht auch gerechtfertigt diese flatten curve strategie zu fahren aber was mir im moment ein bisschen sorgbereitet ist dass wir darüber hinaus alles andere aus dem blick verlieren wer ist also das ist jetzt ein 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 kontrollierter wirtschaftscrash der hier gleichzeitig stattfindet und in dem zusammenhang habe ich mich zum beispiel auch gefragt warum wird die börse nicht ausgesetzt am wochenende geht es doch auch ja also wenn wir wissen wir machen hier einen global shutdown und die weltwirtschaft legen wir jetzt sozusagen lahm warum werden dann die börsen nicht ausgesetzt ich kann mir das dann nur damit erklären dass man das system jetzt eben kontrolliert krächt während die ganze welt in corona panik modus ist und nochmal zu den zahlen es besteht kein grund zur panik ja es ist es ist es ist keine schöne entwicklung und das wird auch in die geschichtsbücher eingehen aber das ist jetzt auch nichts großartig neues oder 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 wahnsinnig schlimmes solche pandemien so wie sie hier definiert sind hatten wir im letzten jahrhundert mehrfach und da gab es immer eine million tote da wurde nie so ein aufhebens gemacht und im übrigen haben sich die kurven dann auch alle von selber normalisiert ohne solche quarantänemaßnahmen die simulation die uns jetzt suggeriert werden 70 prozent infizierte das sind das sind mathematische modelle die aber wenig mit der realität zu tun haben wer sagt denn dass jeder mensch auf der welt gleich anfällig ist für die infektion vielleicht können sich bestimmte menschen gar nicht infizieren oder vielleicht ist schon ein großteil der bevölkerung immun dagegen weil das ja einfach nur ein corona virus ist aus dem corona stamm also diese zahlen die wir hier sehen die kann man sehr dramatisch interpretieren vor allen dingen wissen wir alle die werden jetzt auch wirklich exponentiell zunehmen die WHO hat ja vergündet testen 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 ja und diese 2080 die heute in deutschland hinzugekommen sind das sind halt 2080 positiv getestete man testet halt einfach immer mehr man testet exponentiell mehr und deswegen steigen auch alle zahlen exponentiell das würde ja vielleicht auch erklären warum in china die zahlen so dramatisch runtergehen denn das kann man ja auch sehen auf dem worldometer ich weiß nicht ob wir das auch immer mal einblenden können das sollte sehen aber china was ja bisher so wirklich als zentrum der der pandemie gilt 80 über 80.000 total cases aber nur 21 neue das ist ja dann fast nichts also die ratio 80.000 fälle 21 neue da kommen wir im promille bereich rein und da da fragt man sich natürlich okay sind es jetzt ermutigende zahlen ist china jetzt schon hat china die krise schon doch standen und können die dort die die strengen maßnahmen aufheben oder es ist einfach nur was was hat man getestet hat man das testverhalten geändert und dann kommt da eine statistik raus weil das fällt ja auch total auf wenn du da drauf guckst 80.000 fälle und nur 21 neue haben die es geschafft oder was ja gerade eingeblendet die aktuellen kurve jetzt abgeflacht ist und und wieder quasi horizontal drüber geht ich habe dazu auch eine interessante mail bekommen von einem zuschauer der hat ein das ist jörg der das geschrieben hat ich sage jetzt absichtlich seinen namen nicht dann weiß er dann wer gemeint ist hallo jörg vielen dank so dann hier ein paar noch infos zur letzten sendung stand 16 der dritter sozusagen hat er geschrieben ich habe mir erlaubt einmal ein paar zahlen daten fakten zusammenzustellen der virus heißt nicht corona covid 19 sondern angst hat er da geschrieben und ich blende mal ein einwohnerzahl in china 1,3 milliarden 81.000 haben sich in china mit dem virus infiziert gemessen an der gesamtbevölkerung sind das 0,00623 prozent gerundet 0,01 prozent gestorben in china bislang 3200 menschen gemessen an der gesamtbevölkerung china sind das 0,00025 prozent gerundet 0,00 prozent und er schreibt dann noch in westeuropa ist die lungenentzündung unter allen infektionskrankheiten die häufigste todesursache weltweit sterben schätzungen zufolge jährlich etwa drei bis vier millionen menschen daran laut lungen informationsdienst mit link zu der jeweiligen seite insgesamt geht man davon aus dass in deutschland jährlich ca 40 bis 50 tausend todesfälle durch schwere lungenentzündungen verursacht werden auch mit quelle geht man in italien von einer ähnlichen quote aus so liegen die todesfälle zwischen 29.200 bis 36.500 pro jahr das ist entsprechend pro tag 80 bis 100 todesfälle und laut dieser statistik wären in italien bis heute 6000 bis 7600 personen an lungenentzündung gestorben angeblicher tod durch corona 1809 noch fragen das ist also das was ein zuschauer uns geschickt hat was im endeffekt auch mehr oder weniger das spiegelt was wir schon die ganze zeit besprochen haben diese zahlen rechtfertigen auf gar keinen fall diese panik was aber wenn die virologen doch recht haben und es halt dann hoch geht so wenn jetzt diese entwicklung wie wir sie gerade auf dem graf bei deutschland sehen in zwei wochen noch viel viel schlimmer ist das was wir hier sehen spiegelt nicht die realität wieder ich muss es noch mal sagen das spiegelt nur wieder was und wie getestet wird alles andere findet im dunkeln statt wir sehen hier nur einen klitzeklitzeklitzekleinen ausschnitt der realität und rechnen das hoch und daraus entsteht die panik das problem ist dass dieser ausschnitt der realität nicht repräsentativ ist weil er dadurch entsteht wer getestet wird und wo getestet wird es werden natürlich alle die ins krankenhaus mit husten gehen getestet das ist nicht repräsentativ für die bevölkerung es wird in alten heilen getestet also alle hochrisikogruppen werden getestet das heißt unter diesen new cases und ich habe das glaube ich bis jetzt in jeder sendung gesagt ich sage es normal unter diesen neuen fällen es sind eben nicht ein haufen durchschnittsbürger normale jeden alters sondern es sind überwiegend hochrisikogruppen die logischerweise getestet werden man geht ja nicht in die schule und testet durch also noch nicht dann würden die zahlen ganz anders aussehen die cases werden viel viel höher und die sterberate werden noch niedriger aber dieser ausschnitt der realität hat nichts mit der realität an sich zu tun er bildet die realität nicht ab es ist ein kleiner ausschnitt der wird hoch skaliert hochgerechnet und daraus wird die panik konstruiert die bis jetzt aber überall ausgeblieben ist auch in italien das ist das ist dramatisch was dort passiert aber ja dort sterben halt gerade viele menschen mit corona ja auch mal wichtig hat den unterschied zu machen weil es wird immer gesagt durch corona oder an corona sterben die nein das sind positiv getestete menschen die sterben die an allem möglichen aber es werde licht wie gesagt diese statistik zeigt nur wie viel getestet wird und die devise lautet testen 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 und deswegen werden wir in den nächsten wochen hier überall exponentielle kurven erleben das heißt also die menschen werden sowieso gestorben aber nur wenn man sie jetzt testet und in die statistik einführt gibt es diese großen zahlen ein erheblicher teil davon ich will jetzt nicht ausnahmefälle anzweifeln aber ich drücke jetzt mal ganz hart aus von den toten die wir hier sehen wäre der überwiegende teil nicht alle aber doch der nennenswerte teil in der nahen zukunft ohnehin gestorben auch ohne corona auf diese aussage lege ich mich fest also ich bin da vorsichtiger nach wie vor sage ich dir ganz ehrlich denn das das kann ich einfach nicht beurteilen also ich bin kein biologen ich weiß natürlich grundsätzlich sind statistiken sind immer schwierig und und so weiter aber das das da habe ich jetzt auch gar nicht mehr den fokus drauf so weil was wir jetzt erleben ist wir steuern auf eine absolut krasse situation hin und ob jetzt diese diese maßnahmen diese harten maßnahmen einschneidenden maßnahmen die wir in ganz europa sehen ob die gerechtfertigt sind oder nicht finde ich ist vielleicht im moment schon zu spät ist zu diskutieren jetzt geht es wirklich die darum was können wir tun und wie kommen wir jetzt noch die zeit und und wir sollten sehr vorsichtig sein oder ich will es mal ganz klar sagen jetzt in den nächsten tagen würde ich jedem raten den anweisungen auf folge zu leisten also ich man sollte jetzt ganz vorsichtig sein und das nicht auf die leichte schulter nimmt sagen naja das ist alles nur gefakt und wir werden ja verarscht und ich mache jetzt trotzdem was ich will ihr wisst selber das gilt glaube ich bei allen von uns wir sind freiheitsliebende menschen aber jetzt erleben wir gerade eine ausnahmesituation und ich kann nur jedem empfehlen so jetzt echt die die füße stillzuhalten und denn macron hatte gestern abend davon gesprochen wir sind im krieg das hat er das hat er fünfmal oder sechsmal wiederholt ist also nicht nur so rausgerutscht sondern das war kern von seiner von seiner botschaft an das folge hat gesagt nous sommes en guerre wir sind im krieg und in solchen ausnahmefällen kann ich nur sagen also ich zeige mich jetzt auch solidarisch ich werde jetzt nicht den den quertreiber geben wir müssen das jetzt genau beobachten was passiert aber für die nächsten tage kann ich auch nur jedem raten nehmt es nicht auf die leichte schulter wenn ausgangssperre kommt sagen nicht pfeift drauf wir machen corona party wie es zum teil hier läuft dass sich irgendwelche verabreden im park vorsicht jetzt dass ich glaube die die zeit ist jetzt vorbei man sollte jetzt echt die füße still halten also ich stimme dir ich stimme dir voll und ganz zu und ich will das vielleicht auch noch mal richtig stellen ja das wollte ich damit auf gar keinen fall zum ausdruck bringen und ich sehe es auch genauso wie du wenn jetzt hier kriegsrecht ausgerufen wird dann halt ich halte mich jetzt auch an die anordnungen weniger eben weil ich persönlich angst vor dem virus hatte das wollte ich auch damit mit der aussage vorhin sagen dass es meiner meinung nach kein grund zur panik aufgrund des virus ist es besteht kein grund zur panik das ist ein problem ich will das auch nicht kleinreden und flatten the curve ist habe ich vorhin schon gesagt mit sicherheit auch nicht die schlechteste idee aber ich werde auch größtenteils also sofern mir das eben möglich ist den anweisungen folgen aufgrund der anderen menschen weil ich habe jetzt auch heute jetzt in letzten zwei tagen auch erlebt ja es gibt tatsächlich viele menschen die nehmen das extrem ernst und davor habe ich auch respekt weil das nützt denen nichts wenn ich jetzt da irgendwelche sachen erzählen wie das ist gar nicht so schwierig so gefährlich meine ich weil natürlich diese diese panik die jetzt gemacht hat über wird überhaupt erst dazu führt dass die leute sich abschotten und ich sage ja auch nicht dass es alles blödsinn das sage ich nicht ich sage nur wir die menschheit ist nicht durch das corona virus bedroht ich glaube auch die meisten leute haben gar nicht wirklich angst vor dem virus also so ein eindruck gemein also viele schon ja viele schon aber in meinem umfeld ist es gar nicht so sehr dass die leute jetzt wirklich angst haben vor der krankheit dass sie selbst krank werden würden sondern die große unsicherheit und die haben wir alle ich habe jetzt auch keine angst aber ich habe sorgen keine frage so weil wir nicht wissen wohin sich das bewegt die unsicherheit die die im land herrscht das ist was gerade so drauf drückt ich glaube bei den bei den wenigsten gerade auch bei unserem bei unseren zuschauen glaube ich sind die meisten auch schon aufgeklärt genug das zu erkennen und darauf weisen wir auch hier in dieser sendung immerhin guck mal die absoluten zahlen das ist nicht sehr wahrscheinlich dass du jetzt in zwei wochen im sterben liegst oder sowas was was die angst ist ist vor der vor der wirtschaftlichen entwicklung und und eins möchte ich auch noch hier sagen wenn wenn der wenn der staat solche solche besonderen maßnahmen ergreift in ausnahmensituationen weil der staat argumentiert wir sind im krieg dann dann bin ich bereit das mitzutragen als solidarischer mensch als teile einer gemeinschaft ich lebe hier mitten in der stadt da und ich werde mich hier nicht gegen die leute stellen aber auf was ich hinweisen möchte das war schon immer so wenn der wenn du dem staat gewisse souveränität von dir selbst abgibst dann haben wir auch was einer gegenleistung zu erwarten im alten rom galt das prinzip pane zerzenses das heißt die oberigkeit die herrschaft garantiert den menschen das brot pane im mittelalter in der feudal herrschaft ist genau dasselbe da gibt es diesen deal du bist du bist du bist vielleicht also wenn du wenn du der der leib eigene bist dann dann gibt es extrem viel freiheiten ab aber du bist kein slave denn der der lehnsherr der garantiert dir auch was und was garantiert er er garantiert dir in krisenzeiten er garantiert ihr schutz er garantiert die ernährung und er garantiert dir ein quartier und das ist was ich jetzt auch auch wirklich forder oder oder verlange oder meine die debatte reinbringen möchte jetzt wäre es an der zeit dass von unserer regierung von unserem staat von unserer gemeinschaft weil der staat sind letzten ist wir alle jetzt wäre es an der zeit dass das mal eine nachricht kommt die sagt leute der staat übernimmt jetzt mal für diese krisenzeit für die für eine befristete zeit ein paar monate übernehmen jetzt mal die mieten von all den leuten die ihre mieten nicht mehr zahlen können wir der staat bespringt einer als bürger das wäre seine verantwortung und dann würde auch automatischen ein ganz anderes vertrauensverhältnis entstehen weil so haben wir halt viele von uns und von unserem publikum haben natürlich ein gewisses misstrauen gegenüber behörden und dem staat und das ist ja nicht so unrecht nach all dem was wir in den letzten jahren rausgefunden haben jetzt wäre es an der zeit dass der staat auch sagt leute okay wir sind im krieg jetzt müssen außergewöhnliche maßnahmen her und das erste was wir machen ist wir garantieren euch jetzt mal eure eure existenzsicherheit denn de facto sind viele freiberufler und wir gehören auch dazu wir haben eine art berufsverbot aufgrund von höherer gewalt und das wäre jetzt wichtig dass der staat das mal zeigt und und weißt du für banken das ist geld da aber wie wäre es denn wenn jetzt mal der der staat sowas wie ein bedingungsloses grundeinkommen befristet einsetzt oder wenigstens die mieten oder oder wie auch immer denn denn das ist was auf den leuten zulastet und was das auch unserer unserer der volksgesundheit für einen positiven schub leisten würde wenn die leute mal weg wären aus dieser angst ja sondern dann dann eben mit einer wenn das schon mal weg ist dann kann man sich dem ganzen ein bisschen anders annähern und dann hätten wir eine andere stimmung im land das fände ich jetzt wirklich angebrachter also panem exercentes heißt es nicht brot und spiele dass also quasi der staat für das brot sorgt und dafür uns mit spielen unterhält und sozusagen ablenkt ist es nicht da auch her dieses dieses zitat ja ja brot und spiele aber das ist so die grundidee von herrschaft also ich meine das ist was thomas hobbs hat es den gesellschaftsvertrag genannt also diese grundideen wo alle staatstheorien darauf basieren ist der mensch gibt also gewisse souveränität ab und dafür bekommst du aber garantien und bei den römern war das so die garantien die der römische staat dem volk gegeben hat waren brot und spiele und das ist die stabilität wenn eins von den beiden wegfällt revoltiert das volk und ich und das ist wirklich eine situation die ich die ich nicht gerne sehen möchte sondern jetzt wäre es an der zeit und der meister der staat sind nicht nur die merkel das sind nicht nur diese diese politiker die uns schon so oft nerven und so sondern der staat ist ja wirklich das ist das ganze das sind auch die ganzen beamten die in den ämtern arbeiten und und jetzt jetzt wäre eine riesen möglichkeit für den staat doch und eigentlich auch eine verpflichtung dem menschen entgegen zu gehen und erst mal eine bürgschaft ausstehen sagen hey leute wir verbieten euch jetzt euren freien handel ihr könnt nicht mal euren geschäften nachgehen aber dafür fangen wir euch auf und das würde so viel so viel ruhe erst mal reinbringen und das wäre jetzt unbedingt nötig und das verlange ich von dem staaten das kann der staat auch leisten insbesondere in ausnahmezeiten man ist dann finanziert da gibt es möglichkeiten das das sollen dann andere klären wie man so genau so eine politik aufstellt von diesen polit darstellern sehe ich aber niemanden der in der lage wäre sowas durchzusetzen merkel ist eine sprechblasen absondernde handpuppe wie es mal einer gesagt hat ja ich sehe ich sehe nirgendwo jemand der der die 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 hutzpah hat sozusagen hier mal sowas durchzugreifen sehe ich nirgendwo gute idee würde ich würde einen guten schub bringen natürlich wenn die leute sagen okay ich fühle mich wirklich jetzt gerade in der grundangst ein bisschen erleichtert und ich kann mich um das wesentliche kümmern meine kinder und muss nicht die ganze zeit daran denken nächsten monat habe ich kein geld mehr aber das sehe ich nirgendwo ja frank bevor du deinen gedanken aufspannst ich habe ich bevor wir da reinkommen ich habe noch was anderes und zwar es geht immer noch darum es gibt noch diese fraktionen oder vielmehr die die auch die alternative szene ist total gespalten so nach dem motto die einen sagen es gibt gar kein virus die anderen sagen das ist alles jetzt martial law was jetzt kommt gerade der polizeistaat und und also es gibt verschiedene meinungen ich versuche noch meine position zu finden ich bin noch nicht endgültig sicher was wirkliche zache ist ich frage mich nur wenn wirklich dieser notstand in den kliniken schon herrscht dann frage ich mich wie ich so meldungen bekommen kann wie gestern von einem freund von mir und zwar hat er mir eine mail geschickt lieber jimmy du weißt wer gemeint ist ich lese mal vor von seinem von dem die whatsapp meine frau kam soeben aus dem krankenhaus das war gestern kam aus dem krankenhaus starnberg nach drei tagen aufenthalt sie war eine der letzten die am freitag eine routine op an der schilddrüse bekam kurz vor dem shutdown sie war fast ganz allein im seiten flügel sie hat aber auch eine sehr privilegierte krankenversicherung und jetzt kommt beim plaudern mit den angestellten und ärzten kam raus dass die anweisung von oben kam sämtliche routine handlungen zu beenden und 100 prozent der kapazitäten für corona bereitzustellen klingt logisch haben wir ja gekannt im garten wurde ein zelt aufgestellt für die tests und verdachtsfälle laut medien haben wir seit letzter woche acht akutfälle in starnberg und steigende verdachtsfälle heute morgen flachsen die gelangweilten ärzte im foyer wann denn wohl die erste packung tests aufgerissen werden kann das zelt ist bisher unbenutzt und die akuten fälle sind eine ente es gibt es ja keinen einzigen fall und die amüsierten ärzte sind schon gespannt auf ihren ersten kunden sachstand montag mittag 16 der dritter und dann kam noch eine zusätzliche mail von ihm dass er das weitergeschickt hat dann stand drin auf meine mail hin meldeten sich bekannte dieselbiges aus den krankenhäusern in ludwigsburg pforzheim bad aibling und wolfradshausen meldeten so und das ist jetzt die frage ist dieses system so wie es der sprecher von dem robert koch instituts täglich sagt dieser professor wirklich jetzt schon on the edge so am quasi am limit dass wir nicht mehr nachkommen wie kann das aber sein dass dann in so einem großen krankenhaus wie starnberg ist jetzt auch kein mini krankenhaus dass da die ärzte mehr oder weniger däumchen drehen und warten bis mal irgendwann einer auftaucht irgendwo das ist im moment der status quo man bereitet sich darauf vor will vorbereitet sein auf diesem worst case der große ansturm blieb bis jetzt aus aber den erwartet man und der wird bestimmt auch kommen irgendwie also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt anzweifeln aber wir sollten vielleicht noch mal irgendwie jetzt so auf die aktuellen geschehnisse also es ist tatsächlich so in diesen tagen wird wirklich geschichte geschrieben ja das was jetzt hier gerade passiert das wird jahrzehnte dauern das aufzuarbeiten im nachhinein über die jetzigen tage werden unendlich viele dokus und filme produziert werden in nächster zeit ich würde gerne mal den fokus jetzt weg von der krise meiner meinung nach es gibt keine virus krise wir haben eine wirtschaftskrise und wir sollten auf diesen moment der geschichte klicken und jetzt wird es ein bisschen philosophisch vielleicht ich habe heute noch mal ein interview zwischen andreas beutel und gibt wird neben auf nur wie so veröffentlicht das war auch sehr philosophisch da ging es um die frage krise als chance und es ist tatsächlich so krise kommt aus dem griechischen und bedeutet so viel die entscheidung und auch in dem chinesischen wort für krise ist das bedeutet sinngemäß so viel wie veränderung und entscheidung das sind die zwei silben im chinesischen aus dem das wort krise besteht und hier in westeuropa ist krise einfach nur eine katastrophe wo etwas endet ja aber aber der gedanke des neuen gar nicht beinhaltet und das ist wesentlich wir 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 sind alle gelähnt und geschockt ja von dem was passiert aber ich kann sagen hey willkommen im größten spannendsten und interessantesten experiment der menschheitsgeschichte ja das ist natürlich ist das mit sehr vielen unannehmlichkeiten für jeden privat verbunden und so weiter und ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden aber es ist wichtig wenn wir in den nächsten wochen auch den fokus nicht verlieren und jetzt nur auf diese krise stand das machen wir natürlich weiterhin aber lasst uns die anderen themen nicht außen aus dem klick verlieren was ich mich zum beispiel auch frage gut jetzt bleiben wir natürlich noch mal kurz bei der krise aber was ist eigentlich mit afrika ich höre wenig über afrika wir können ja nicht davon ausgehen dass in afrika bei dieser bevölkerungsdichte die gesundheitliche also das gesundheitssystem auch nur annähernd so gut ist wie 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 in italien geschweige denn in deutschland da warte ich eigentlich also tagen darauf schon dass da auch meldungen kommen dass da alles ich glaube ich glaube von dort werden uns wirklich die 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 grauenhaftesten zahlen erreichen demnächst ich habe auch schon schon vor wochen mir sorgen gemacht um indien weil das auch relativ nahe in china ist und ich indien ja ganz gut kennen weil ich ein paar mal dort war und mir denkt was auch immer da in china gemacht wurde ist in in so einem land wie indien gar nicht durchsetzbar weil da ein paar hundert millionen leute auf der straße leben und auch das übrigens eine frage die sich jetzt da bei uns ausstellt was machen eigentlich obdachlose wenn ausgangssperre ist wo wo ist denn da dein platz eigentlich das sind also so frage in indien hast du halt zwei dreihundert millionen leute auf der straße wenn dort erst mal das wirklich richtig sich massiv verbreitet da kannst du fast gar nichts machen so aber das sind auch völlig andere andere länder natürlich ja jetzt habe ich wirklich einen fehler gemacht ich habe jetzt gerade wirklich gesagt lasst uns das thema wechseln und dann mache ich das thema wieder auf nein also was mir aufgefallen ist bei dieser absolut zunehmenden ereignis dichte ja es ist ja wirklich wahnsinn was alleine heute wieder für nachrichten gab ist es trotzdem interessant dass da drin versteckt ja auch so viele positive good news stecken für die wir jetzt natürlich überhaupt gar keinen ja gar keine aufmerksamkeit haben ich habe heute ein video gesehen wie gesagt in italienischen häsen hat man delphine gesichtet weil dort eben so die schifffahrt wenn massiv eingeschränkt wurde da gibt es so viele nette rand anekdoten ja schwarzfahren ist im moment relativ risikofrei oder auch sonntags kannst du jetzt einkaufen gehen ja also wenn wir sozusagen den fokus auf das positive lenken das habe ich aus dem interessanten gespräch mit frank stoner und billy six gelernt ja der drei monate in venezuela im knast saß und du hast den die frage gestellt wie hält man das mental durch wie hält man drei monate isolationshaft durch und billy hat uns allen der hat der ganzen welt einen sehr sehr nützlichen tipp gegeben think positive so einfach ist es sie das positive die krise ist keine krise es ist ein wandel wir müssen eine entscheidung treffen ja es ist veränderung und wir können mit entscheiden in welche richtung sich das verändert für jeden einzelnen für uns und auch als gesamtes ja und solche gut news sollten wir eigentlich auch in zukunft sammeln mal ein aufruf an die an die zuschauer schickt uns hier in die kommentare oder wie auch immer gut news ja welche positiven aspekte erfahrt ihr dieser tage ja ob es delphine in italienischen häfen sind oder ob es einfach die tatsache ist dass defender 2020 abgesagt wurde oder die waffenruhe in idlib zu halten scheint ja das sind alles positive effekte das klimafass will ich an der stelle mal noch gar nicht aufmachen denn freitags für future ist verboten ganz offiziell gut ein bisschen gemein natürlich profitiert das klima auch von diesem global shutdown und auch das wird thema der vielen dokumentationen sein über die tage die im märz 2020 begannen du hast in einem satz vorhin so erzählt am sonntags kann man jetzt einkaufen die haben einfach mal das sonntags verkaufsverbot aufgehoben so nebenbei und das war überhaupt gar kein thema der so wenn ich mir das vorstelle vor einem halben jahr die hätten sich eher exkommunizieren lassen bevor sie auch nur ansatzweise darüber nachgedacht hätten das zu ändern ja und das wird jetzt halt einfach so als gebot der stunde gemacht ja damit die leute sich versorgen können ja ja apropos randthema eine randnotiz von gestern will ich auch noch unbedingt unseren zuschauern mitgeben weil es einfach nennenswerter eine nennenswerte nachricht ist die wahrscheinlich untergegangen ist es gibt einen neuen weltrekord was am 14 märz flog die französische fluggesellschaft air tahiti nui laut cnn mit 9.765 meilen von tahiti zum pariser flughafen charles den längsten passagierflug aller zeiten die route sieht eigentlich einen geplanten zwischenstopp in los angeles vor der ist natürlich ausgefallen und da war er der neue weltrekord herzlichen glückwunsch ist jetzt nichts weltbewegendes aber solche nachrichten fluten ja auch im moment auf uns ein wenn sich überhaupt jemand die zeit nimmt sowas zu recherchieren ich hätte noch einen ich hätte noch einen und zwar gerade gelesen justizvollzug wegen koronavirus eingeschränkt schwarzfahrer werden vorübergehend aus haft entlassen also für diejenigen den es betrifft ist es vielleicht ja ich habe jetzt gerade noch einen tweet der polizei berlin gelesen die jetzt angehalten ist dieses kneiben und barverbot umzusetzen ja und die schreiben wenn sie eine bar betreiben die scheiben abkleben und einlass nur über klopfen oder nach voranmeldung gewähren dann sind das nicht nur zustände wie in chicago der 20er jahre sondern es löst auch einen polizeieinsatz aus ja wer hätte gedacht dass es mal so einen polizei tweet geben wird ja aber er sagt 20er jahre ähm wir hatten ja anfang diesen jahres spekuliert erwarten uns jetzt die goldenen 20er ähm die antwort kam jetzt recht schnell also ich glaube ich bin auch bei euch so dieser ansatz die die krise als chance nehmen das das ist genau was ich auch sehe das ist auch der grund warum ich das gesagt habe mit ähm der staat konnte auch jetzt mal mal auch dinge machen die sonst nicht möglich sind und da muss er nicht das muss er nicht in die richtung gehen dass der staat jetzt irgendwie überall martial law einsetzt sondern in so einer situation kann man auch andere dinge verändern man kann es unglaublich schnell verändern deswegen schmeiße ich das einfach auch mal in die diskussion rein leute vielleicht wäre jetzt die möglichkeit wo wir wirklich einen einen gesellschaftlichen konsens finden können zum beispiel was sowas angeht wie wie allgemeines grundeigentum oder ne quatsch grundeinkommen gründungsloses grundeinkommen so rum oder 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 weißt du generell ein gemeinwesen schaffen was nicht mehr nur den die die banken und und die finanz großmächte finanzeliten so in den fokus stellt das sind alles dinge die auch jetzt möglich wären ich will nicht sagen ob es so kommt ich bin natürlich nicht naiv ich sehe schon dass die die machtspieler die ihre agenten haben und über diese agenten haben wir so oft schon gesprochen so natürlich werden die versuchen die situation sich zunutze zu machen je mehr chaos desto lieber ist es denen aber gleichzeitig bietet auch jedes sein chaos auch die chance auf dass wir dinge verbessern man kann so eine krise auch sehen wie weißt du wie so ein herbststurm der einfach von dem von dem baumal alles was welk ist was nicht mehr richtig voller kraft ist auch mal weg nimmt was wir sonst in unseren üblichen demokratischen bürokratischen prozessen überhaupt nicht schaffen da brauchen wir jahre dafür jetzt können dinge auch mal schnell gehen das können auch als chance begreifen und dafür ist auch völlig richtig dass wir hellwach sind und nicht immer nur als in dieser angst verharren sondern jetzt auch wirklich dort schritte anleiern das ist jetzt möglich eventuell und dann so sehe ich das auch deswegen lass uns lass uns solche dinge ansprechen jetzt könnten wir wirklich ein gemeinwohl auch kreieren wo wo andere werte mittelpunkt stellen also das ist auch eine möglichkeit die uns jetzt diese situation bieten wird und noch mehr in den nächsten wochen und monaten ja wir müssen aber auch sagen die wahrscheinlichkeit oder die kriegsgefahr ist natürlich auch gestiegen krise geht immer mit kriegsgefahr einher aber dafür haben wir jetzt im moment gar kein gar keine aufmerksamkeit weil im moment ist die welt ja relativ friedlich wobei das vielleicht auch trügt ja wir sind jetzt hier in mitteleuropa voll in der corona krise ich weiß gar nicht ob die wirklich schon weltweit angekommen ist es ist schon so dass das im moment kein einziger staat dieser welt ignoriert aber die restriktionen die sind jetzt hier im moment natürlich mit am schärfsten glaubt ihr dass wir wirklich an einen punkt kommen wo tatsächlich eine globale ausgangssperre droht und dem vorangestellt vielleicht noch die frage glaubt ihr dass uns in den nächsten tagen in deutschland eine ausgangssperre droht morgen mein eindruck ist morgen in bayern oder gesamt deutschland also jetzt einfach spontan so wenn ich jetzt so ein bisschen überfliege was da kommt ich habe gerade hier google news nochmal aufgeschlagen also hier deutschland coronavirus deutschland setzt einreiseverbot in eu sofort um corona gefahren deutschland robert koch institut setzt risiko auf hoch ein reisewarnungen alle werden zurückgeholt blablabla also vielleicht nicht mal morgen aber die ereignung wir sehen es ja innerhalb von 48 stunden tut sich wieder so viel und ich glaube dass also innerhalb der nächsten tage auch dieses dieses ausgeverbot radikal umgesetzt wird hier in deutschland weil die verantwortlichen erkennen okay die zahlen gehen durch die decke und alle virologen wenn sie denn jetzt recht haben wo wir jetzt mal von ausgehen dann ist jetzt vielleicht eine minute vor zwölf wenn nicht sogar schon eine minute nach zwölf das das ist das was ich sehe hier und ich sehe es auch so wie du die chance und jetzt endlich mal so ein bisschen altes geäst abschütteln und dann dadurch im frühling quasi erst mal wieder zur neuer kraft kommen wenn alles wieder blüht aber ich habe diesen optimismus nicht ganz weil ich die wirtschaftlichen verflechtungen jetzt hier jeden tag im im katastrophen szenario sehe also nochmal eingeblendet diese meldungen wo war das daimler und vw vorübergehend lahmgelegt ich habe dann noch nachmittags bei ntv gesehen dass also die airbus seinen seine produktion eingestellt hat und so weiter und so fort also sämtliche wirtschaftszweige die jetzt massiv leiden das wird sich subsummieren und kumulieren und wenn jetzt alle glauben dass wir nach ein paar wochen corona ferien wieder zum normalbetrieb zurückgehen das sehe ich einfach nicht das sehe ich nicht ich will da auch keine panik schüren sondern ich denke nur logisch und und ich gucke was da passiert es ist doch klar ich meine wir reden von einem global shutdown da kannst du jetzt einmal melden global shutdown oder du kannst 100 meldungen sagen vw schließt posche schließt der schließt der schließt der schließt und der macht jetzt auch dicht ja es ist ja klar es ist global shutdown es macht alles dicht da muss man das nicht noch mit einzelmeldungen aufblasen das ist jetzt sozusagen das gebot der stunde und ja natürlich ich sag's noch mal die weltwirtschaft wird jetzt gerade kontrolliert gekrächt und das wird natürlich analog wie vor 90 jahren 1929 weltwirtschaftskrise in millionenfache existenznöte gelang die selbstmordrate wird steigen und wenn man schon mal bei steigenden raten sind wir werden ab dezember januar 21 noch ein interessantes phänomen erleben stichwort corona boomer ja jetzt jetzt wird eine neue generation gezeugt deren entscheidungsrate deren eltern sehr hoch sein wird frank wir haben vor dem gespräch schon mal darüber geredet du siehst das ein bisschen anders ja ich habe letztens auch diese scherze gemacht natürlich aber aber ich glaube nicht dass jetzt mehr kinder gezeugt werden als als in anderen zeiten eher weniger denn ich glaube dass der die geburtenraten das ist immer auch ein index dafür für das vertrauen was die menschen überhaupt ins leben haben und ich glaube jetzt haben die meisten menschen ganz wenig vertrauen in zukunft und wer wer schlau genug zu verhüten wird auf jeden fall jetzt geburten verhüten und wo ich wünsche auch wirklich allen die die jungen müttern oder oder die die jetzt schwanger sind schwanger frauen jungen familien wünsche ich jetzt auch kraft und das ist so dieser gedanke den wir langsam reinbekommen sollten wirklich solidarität wir sagen krise als chance und ich meine okay frank ich stimme dir völlig zu es ist höchstwahrscheinlich dass sich vor unseren augen ein gewaltiger wirtschaftscrash abspielt und natürlich sehe ich auch dass man es dann alles auf das corona schieben kann aber wenn ich noch mal aus einer anderen perspektive guck weiß ich bin schon systemkritiker seit seit über 30 jahren seit 40 jahren vielleicht 40 jahren aber seit über 30 jahren und ich habe mir schon in den 90ern habe ich schon damit gerechnet oder erwartet dass dieses system was dieses dieses permanente wachstum diese diese überkapitalisierung also dass wir halt mehr geld haben als es überhaupt waren zu kaufen gibt das war schon in den 90ern so all diese diese dinge das muss irgendwann mal weg und wenn es jetzt wenn wir es nicht alleine geschafft haben und wir haben jahrelang ich meine wir hier wo wir sitzen das ist unser unser job seit seit jahren aufzuklären und und wir haben auch auch durchaus vielleicht haben es vernachlässigt aber wir haben durchaus auch versucht perspektiven aufzuzeigen wie können wir diese welt anders gestalten der zeitpunkt den haben wir verpasst als menschen wir haben es halt einfach schleifen lassen so jetzt kommt ein eingriff vielleicht ist es sogar so und ich sage vielleicht weil ich es ja auch nicht genau weiß aber vielleicht kommt jetzt ein eingriff von der natur und ganz grundsätzlich habe ich gegenüber viren und bakterien auch nicht diese 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 phobische haltung so für mich ist es ist es auch ein ausdruck von leben vielleicht kommt jetzt eine krise die wir nutzen können die uns chancen gibt weil wir selber nicht geschafft haben dieses dieses alte system was er kein natürlich gewachsenes system ist sondern was er installiert wurde dann haben wir oft genug darüber gesprochen installiert wurde von finanzeliten von oligarchien dass dieses alte system jetzt mal weg geht ist per se keine schlechte nachricht das entscheidende ist was machen wir daraus und fahren wir jetzt alle in angst und panik wie es vielleicht gerne die machthaber hätten oder erkennen wir jetzt in der krise auch wieder unsere stärken als menschen und auch als bürger und 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 halten zusammen und und arbeiten daran ein gemeinwohl zu erstellen wo wo nicht nur die banken und nicht nur die die der dax irgendwie entscheidend ist sondern wo der menschen mittelpunkt steht und wirtschaftskrise ist für mich nicht nur die die großen konzerne klar auch da wenn du arbeitnehmer bist und wirst halt freigestellt dann dann ist blöd aber genau deswegen sage ich ja lass uns doch jetzt mal mal einen start fordern und vielleicht auch das in die richtung anschieben dass es eben nicht blöd ist dass es nicht so sein wird wie 1920 21 oder waren diese diese das später 28 29 wo dann die weltwirtschaftskrise war wo wenn du gefeuert wirst hoffst du auf der straße und und bist mehr oder weniger am verhungern sondern jetzt sollten wir schauen hey wir sind modernes land das gilt für deutschland das gilt aber auch für europa fällt auch für die welt wir haben wir haben modernes land wir haben eine gewisse infrastruktur wir haben eine gewisse produktivität wir müssen nicht mehr wir sollten nicht mehr so ein szenario haben wie 1928 dass die leute auf den straßen verhungern das sollten wir vermeiden sondern wir sollten jetzt schauen wenn schon der alte kram kaputt geht dann jetzt schon langsam daran arbeiten was für eine art gemeinwohl mit dem wort start tue ich mich immer schwer weil ich weiß wir haben auch viele viele freunde von von libertärer bewegung ich bin auch einer je weniger startest du besser so aber es ist irgendeine art von gemeinwohl sehe ich schon als als notwendig an so wie wir jetzt als menschen stehen aber jetzt haben wir vielleicht auch die möglichkeiten gemeinwohl zu zu erschaffen was was eben nicht dafür sorgt dass die leute massenweise auf der straße dann dann rumhängen und und dass wir massensuizide und so weiter bekommen das sehe ich jetzt als chance und darauf sollten wir hinwirken und das ist auch möglich für uns wir sind ein modernes land das ist im grunde haben sowieso schon eine schande wenn man sich das nur überlegt weißt du wie übers wochenende da wird gar nicht groß abgestimmt das haben wir 2008 erlebt aber jetzt schon wieder übers wochenende wieder 50 milliarden paket für irgendwelche banken hergegeben wird aber aber gleichzeitig sagt unser gesundheitssystem ist überfordert ja warum gibt ihr denn das geld nicht in das gesundheitssystem rein ich weiß kurzfristig kannst du nicht so viel personal anstellen aber was das ist doch genau diese politik jahrzehntelang werden in diesen dingen wird beschnitten aber aber banken und so weiter die retten wir immer mehr jetzt wird es vielleicht echt vielleicht entsteht für uns die wirklichkeit da mal die das kräfteverhältnis in anderes gleichgewicht zu bekommen frank willst du was antworten weil ich habe ein paar punkte die ich jetzt gleich aufgreifen möchte okay also ich sehe das genauso wie du dass dieses system besser gestern als morgen verschwindet und in ein viel besser in ein neues system mündet also wenn man sich die welt anschaut wie sie organisiert ist die ganze verteilung der reichtümer die ausbeutung der natur die 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 zerstörung der natur dass jeden tag so und soviel tierarten und pflanzenarten verschwinden die plastik die der plastikmüll in den ozeanen hunderte milliarden von lebewesen werden jedes jahr gemeuchelt und geschlachtet nur damit wir sie fressen können also die zustände hier auf diesem planeten sind verheerend wenn ich ein außerirdischer wäre dann würde ich hier erst mal noch vorbeifliegen sagen die sind noch nicht so weit lass uns in ein paar tausend jahre wieder kommen vielleicht haben sie es bis dann begriffen also ich bin der meinung wirklich so ein ein globaler wandel kann sehr viel gutes verursachen und und ein neues system hervorbringen ich bin aber trotzdem gerade bei diesem in der realität angekommen dass alle positiven gedanken die du gerade gezeichnet hast mit diesem jetzt die chance der solidarität und so weiter und so vor ich sehe das nicht ich sehe das momentan nicht weil erstens ist der grad der der geistigen erweckung der leute noch ziemlich weit weg also wenn du jetzt rumgehst in die fußgängerzone irgendwo und fragst nach gebäude nummer sieben was ein gradmesser ist für alternatives wissen oder allgemeineres wissen über die zusammenhängen im hintergrund dann werden wenige leute sagen gebäude sieben habe ich noch nie also viele werden sagen habe ich noch nie gehört also sprich viele menschen sind total uninformiert das ist meine erkenntnis aus fast 20 jahren arbeit in alternativen medien und so weiter heißt also diesen gedanken einer solidarischen bewegung jetzt so nach vorne zu bringen auch noch ein gewisses bewusstsein aufzubauen schwierig sag ich mal schwierig und hinzu kommt ich sehe diese nahe zukunft als als großen scheideweg weil diese millionen arbeitslosen die jetzt kommen werden diese firmen die großen firmen bmw wird irgendwann vielleicht wieder anschmeißen und auch die lufthansa wird wieder fliegen aber es gibt so viele andere kleine unternehmen wo alle arbeitslos werden hinzu kommen diese ganzen zombie unternehmen ungefähr 14 prozent aller unternehmen in europa sind nach aussage von dr krall eigentlich hoffnungslos fehlgewirtschaftet die sind nur noch am leben weil sie durch die niedrige zinspolitik eben so lange überleben konnten in einem gesunden markt werden die schon lange weg wenn jetzt also dieses eine bisschen noch kommt dann werden auf einen schlag 50 millionen arbeitslose von diesen ganzen zombie unternehmen in europa mit auf den markt kommen und das beschleunigt diese ganze sache mehr und ich sehe es tut mir echt leid wenn ich das auch so krass aussagen möchte will jetzt diesen positiven gedanken gar nicht schmälern ich sehe massive verteilungskämpfe auf uns zukommen in naher zukunft und jetzt sagen alle noch so ist es braucht kein klopapier horten was echt quatsch ist ja und 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 all diese dinge das passt schon passt schon wartet mal vier bis sechs wochen ab vielleicht sagen wir mal zwei monate wenn diese ganzen wirtschaftlichen zwänge jetzt nicht nach ein paar tagen sondern nach wochen plötzlich anfangen so richtig reinzuschlagen und dann dann bin ich wirklich gespannt inwieweit eine bevölkerung jetzt schon gemerkt hat so okay wir müssen uns auf das neue konzentrieren ich sehe das noch nicht ich würde es mir sehr wünschen ich würde mir sehr wünschen dass sich lokal gemeinschaften bilden und das alles dann wieder auf den griff kriegen aber in dieser ellbogen gesellschaft wo wir haben wo wo die leute in einem block wohnen und nicht mal mehr ihre eigenen nachbarn kennen und so weiter in der großstadt da 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 das sehe ich nicht das sehe ich momentan genau das ändert sich doch jetzt jetzt lernen die leute sich kennen das ist doch genau dass die die diese kinderwelt diese mickey maus welt in der die menschen so lange verharren die bricht jetzt weg und das ist per se erst mal erst mal nichts schlimmes natürlich ist da die aufregung groß aber wenn die weg bricht dann dann jetzt lerne die leute jetzt ist eine zeit der desillusionen verstehst du die enttäuschung die enttäuschung was ist denn eigentlich wirklichkeit was ist denn eigentlich wirklich wichtig in meinem leben auch was sind eigentlich für leute hier um mich rum und plötzlich brauchst du vielleicht auch deine nachbarn muss vielleicht ich also jetzt noch nicht heute noch nicht morgen wahrscheinlich auch nicht aber wir wissen nicht wie sind drei wochen ist wenn es jetzt so weitergeht dann müssen wir vielleicht irgendwie auch mal aus unserer aus unserer schale mal rauskommen und auch mal mit den anderen kooperieren einfach so wie es früher in der ddr auch war wenn du irgendwo was haben wolltest musstest du netze haben anders geht es nicht und also da sehe ich schon eine riesen chance ich bin so kein hellseher ich will auch nicht nach hier rüber kommen ich sehe die gefahren aber aber wir sollten jetzt auch nicht abschenken vielleicht ist jetzt wirklich die zeit gekommen auf die leute wie wir robert doch schon so lange auch auch hingearbeitet haben und jetzt wo es soweit kommt sollten wir nicht erstarren wie die die rehe entfernt jetzt bricht zusammen die wirtschaft bricht zusammen und und klar ich sehe jetzt die gefahren aber vor allem sehe ich jetzt erstmal die dynamik und ich bin auch ich will jetzt auch nicht so so daherkommen dass mir das alles weißt du dass ich da grenzlos optimistisch bin ich habe genauso wie wahrscheinlich ihr auch und wie alle unsere zuhörer ich gehe auch zurzeit doch ein wellenbart an an gefühlen auch es gibt momente am tag wo ich mir wirklich sorgen mache ich bin familienvater besser und ich das gibt momente wo ich mir echt sorgen mache aber dann spüre ich auch wieder wir sollten jetzt nicht nicht verzweifeln wird wir sollten auch nicht glauben das das habe ich auch in den letzten jahren gelernt also für mich ist es nicht so dass das ist eine eine weltregierung gibt es gibt welche die wollen es gibt welche die sind auf diesem macht film aber ihre macht ist auch zum großen teil eine illusion und vor allem ist ihre macht ist der hebel ist die angst auch das ist nichts neues will ich euch nicht mit allgemeinheiten nerven aber das gilt tatsächlich und es ist keineswegs so dass das hier diese diese große konflikt wenn das alte zweck bricht der große konflikt ist wie werden wir uns neu organisieren als menschen das ist noch nicht verloren verstehst du das das wird bin ich nicht bereit abzuschenken und denen so viel macht zu zu gestehen und sagen ja die 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 ziehen jetzt ihre pläne durch klar haben sie ihre pläne hier wo wir von krieg geredet haben ich habe vielleicht noch so eine kleinen kleinen infoschnipsel der atlantic council atlantikrat aber er heißt eigentlich atlantic council das ist auch so einer von diesen neocon think tanks in new yorker der hat jetzt öffentlich gefordert hat trump aufgefordert den us-präsidenten und die nato aufgefordert sie sollen jetzt den artikel 5 aktivieren und und den den kriegszustand erklären der atlantic council fordert dass die nato in den dem covid 19 virus dem krieg erklärt das hat der wortwörtlich so geschrieben verstehst weil dann eben auch wiederum gewisse ja dann kommt halt martial law also ich sehe diese dinge schon aber was jetzt was jetzt tobt ist jetzt entstehen ganz viele möglichkeiten und wir sollten auf keinen fall jetzt jetzt aufgeben und das wünsche ich auch allen leuten die uns dazu hören ich bin nicht naiv und ich will nicht sagen ja alles wird gut aber es ist keinesfalls so dass das hier die die mächtigen dass die hier völlig souverän jetzt ihr ding durchziehen das ist überhaupt zu weit kommt zeigt das schon dass das ihre ganze ja ganzen pläne einer nwo zu zu etablieren das hat da sowieso nicht funktioniert diese ganze aufgeblähte wirtschaft diese ganzen blasen die haben mehr angst als wir und die sollten auch mehr angst haben weil weil ihr system das was das alte haben sie ja aufgebaut das verschwindet jetzt und ob sie schaffen ihr neues system aufzubauen so ohne dass von uns irgendwie dass wir uns alle wie die schafe ein rein das sehe ich nicht unbedingt kommen vielleicht ist jetzt echt die möglichkeit eben was anderes aufzubauen und da sollten wir nicht naiv optimistisch sein das will ich auch nicht aber wir sollten da auch dem eine chance geben und auch unsere eigenen vision auch wirklich überlegen wie können wir hier eine eine positivere welt mitgestalten ja ich komme auch gleich auf die positiven aspekte von so einem wandel zurück ich habe da ein paar ideen in der schublade oder im kopf aber glaubst du nicht dass die leute durch diese ganzen also gehen wir mal noch mal fünf wochen in die zukunft wenn das jetzt alles etwas schwieriger wird und die situation wird auch gepresster und und dramatischer wenn dann plötzlich einer kommt mit so einem impfvirus mit so einer impfgeschichte dass die leute freiwillig den arm hoch halten hier bitte hau mir die spritze rein ich kann es kaum erwarten wenn sie vorher noch sagen hey wir haben festgestellt auf den geldscheinen in den münzstücken sind so und so viele viren drauf wir müssen jetzt das bargeld abschaffen oh ja ganz gut ich zahle nur noch mit checkkarte weißt du dass dann plötzlich maßnahmen jetzt durchgesetzt werden die sie schon lange 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 in der schublade haben und jetzt natürlich dann so mehr oder weniger nicht nur subkutan also unter die haut sondern richtig durchbrettern dass die leute freiwillig sagen okay her damit das das sehe ich als gefahr gerade so ja und und trotzdem auch ich bin ein fan von positiven gedanken ich umgebe mich jeden tag mit so viel wie es geht positiven mit tollen freunden mit mit tollen gesprächen ich habe einen wunderbar kleinen hund da der mich jeden tag voller glück erfreuen lässt selbst wenn er den ganzen garten umgräbt der ist jetzt mit wuhan hat er sich heute durchgebuddelt ja bis gefühl also versteht ihr es gibt so viele aspekte im leben wo wo man sich rausholen kann ich werde mir zum beispiel jetzt gleich einen zuckerschock holen von unserem sponsor hier das liegt mir schon die ganze zeit hier meine brüder mir vorhin schokolade geschenkt nur in kleinigkeit aber es gibt diese positiven sachen und um mal ein bild zu zeichnen wie ich mir die ideale zukunft vorstelle dieses system crasht wirtschaftlich alles ist auf null gestellt und plötzlich kommen ein paar leute an die macht die nehmen wir jetzt einfach mal als platzhalter professor franz hörmann oder vielleicht der herr krall oder der herr otte oder andere wirtschaftsexperten die es auf der ganzen welt gibt die es schaffen ein system zu etablieren das wirtschaftlich uns innerhalb kürzester zeit wieder auf die beine stellt wo ein system erschaffen wird das nicht mehr wenige da oben alles abschöpfen sondern dass es auf gemeinschaft aufgeht die ganzen verbotenen dinge kommen zum einsatz wie zum beispiel eine renaissance von den lehren von herrn schauböcker ein gewisser hat tesla hat gewisse tolle sachen gemacht schon vor hundert jahren freie energie maschinen der herr tutur der seit jahren forscht und kein geld hat und dem sie einfach mal eine milliarde aufs auge drücken und sagen du baust jetzt so ein gerät und so weiter und so fort also ich sehe da immenses wachstumspotenzial in einer neuen gesellschaft die auf auf solidarischen prinzipien aufbaut nicht sozialismus sondern solidarisch ja so und das aber global gedacht mit einer technologie die uns vernetzt auf der welt und gleichzeitig auch unabhängig macht von diesen fossilen sachen das gibt es ja alles seit jahren beschäftige ich mich mit diesen sachen ich kenne so viele leute die sagen hey wir haben wassermotoren wir haben vor kurzem ging doch dieser clip rum dass vw im jahre 1990 also genau 90 war das dass der clip war von november 89 ein vw der mit einer tankfüllung 4800 kilometer gefahren ist turbodiesel zweite generation mit direkteinspritzung und katalysator sollte im februar 90 auf den markt kommen 1,76 liter verbrauch auf 100 kilometer vor 30 jahren das ist alles möglich und das ist nicht gekommen weil diese großkopf von oben das einfach verhindert haben das könnte jetzt passieren dass so ein system dann kommt das ist meine große hoffnung und eigentlich flehe ich schon danach dass das passiert nur dahin dieser geburtskanal dieser geburtskanal mit sehr viel blutungen und vielleicht sogar damriss okay um es mal ganz anatomisch zu sagen das tut sehr weh ja haben mir frauen gesagt also diese geburtsschmerzen die hoffe ich dass die nicht ganz so krass werden aber ich weiß es nicht ich muss jetzt erst mal zucker essen ja moment ist ja im grunde alles okay ist es ist im worst case ist 0,8 prozent der weltbevölkerung bedroht die die menschheit als gesamtes ist durch das virus nicht bedroht ich fasse es noch mal zusammen aber das ist auch völlig wurscht weil wir werden jetzt vor vollendete tatsachen gestellt und das wird wahrscheinlich noch restriktiver werden und ich könnte mir gut vorstellen dass wir uns in den nächsten tagen dann alle tatsächlich einer ausgangssperre beugen müssen ich werde es auch tun ich habe auch persönlich jetzt weniger ein problem damit wie viele millionen andere menschen wahrscheinlich die wahrscheinlich vielleicht auf kleinem wohnraum in einem mehrfamilienhaus mitten in der stadt irgendwo natürlich andere bedingungen haben als jemand der ein hause auf dem land hat da ist es dann natürlich auch gut reden sozusagen also die einander weniger ein problem als die anderen dazu kommt wie gesagt auch die existenz angst viele verlieren ihren schock das kommt noch dazu zur corona angst und dann sowieso die ganze ungewissheit aber gerade weil das auch alles zusammenkommt sehe ich da auch so wahnsinnig große chancen für jeden einzelnen als kollektiv aber eben auch für jeden einzelnen aber ich gebe dir recht robert im moment sind die meisten menschen im panikmodus und mit angst lässt sich schlecht entscheidungen treffen und das ist jetzt die große aufgabe von jedem einzelnen und das wird auch nicht jeder einzelne für sich gut bewerkstelligen können das ist das ist das ist das sind die geburtswehen von denen du redest aber fakt ist die alte welt bei bei jetzt kommt was neues jetzt wird geschichte geschrieben und wir sind dabei und wir sind die schöpfer dieser geschichte auch wenn wir nur einen ganz kleinen teil dazu beitragen können aber immerhin das ist unser privilie und ich sehe das wirklich trotz der ganzen schlechten schlimmen dramatischen sachen die sich auch abspielen auf diesem schauplatz erde jetzt die gab es aber auch schon immer früher hat man sie einfach nur nicht registriert es gab kein corona monitoring aber im letzten jahrhundert gab es da jedes jahre mal eine welle mit einer millionen tote das hieß dann hongkong kippe oder russland kippe oder asien kippe wie kommt alle zehn jahre mal und raff eine millione da hin das ist tragisch aber das ist auch natur und jetzt sind eben unsere unsere forensik unsere medizinische forensik eben so weit vorangeschnitten dass wir das in einem live monitoring ins netz streamen können live statistik wie viele tote wie viele infizierte leute wir haben hier kein neues phänomen wir haben hier ein völlig natürliches phänomen das ist tragisch das gehört einfach dazu wenn jetzt hier ein komet einschlägt können wir auch nichts dagegen tun das ist schicksal natürlich und da bin ich voll dabei wenn wir das schon erkennen können sollten wir alles dafür tun um den schaden zu minimieren aber nicht indem wir einen noch viel größeren schaden auslösen das ist meine meinung und dabei bleibe ich auch immer noch wenn die kurven jetzt definitiv exponentiell ansteigen werden aber wir drehen uns glaube ich im kreis robert ich habe noch so eben eine sehr wichtige nachricht erhalten aus einer whatsapp gruppe das ist eine wichtige info aus allererster hand die sollten wir unseren zuschauern jetzt am ende der sendung auch nicht vorenthalten dass wir die dann am ende der sendung mal bitte noch mit zeigen ja ich weiß ich habe schon davon gehört eine also sehr vertrauenswürdige quelle informationen aus erster hand und ja jungs ich danke euch für die zeit die ihr habt am sonntagabend wollte ich schon fast sagen aber es fühlt sich an wie ein ewiger sonntag für mich irgendwie jeder tag ist sonntag jeder tag ist sonntag so der home office ja ja eternal sunday ja so guter titel aber wir können sonntags einkaufen ja jungs wir sehen uns wieder wahrscheinlich wieder in 48 stunden oder 72 stunden alle paar tagen update macht es gut in euren städten und liebe zuschauer an euch alles gute nicht verzweifeln wir sind alle dabei wie geschichte geschrieben wird und jetzt kommen noch ganz wichtige informationen von einer insiderin bitteschön krass dringende nachricht an euch alle ich habe gerade die neuesten infos über den corona virus kommt auch aus einer richtig richtig sicheren quelle leute könnt ihr mir definitiv vertrauen und zwar habe ich mich gerade mit meiner mutter telefoniert und von ihr die freundin dessen tochter arbeitet nämlich in einem unternehmen die hat mit dem chef von ihr gesprochen der bestätigt hat dass von ihm der sohn dessen freund in einem fußballverein spielt wo alle dort die da mitspielen auch bestätigt haben dass der eine aus dem verein dessen cousin aus österreich nämlich in der schule mit seinem lehrer gerät hat dass dieser dass der sohn von dem lehrer dessen freundin in der uniklinik arbeitet dort nämlich an der studie teilgenommen hat und die ergebnisse von einer kollegin dessen schwiegermutter genau ja die schwiegermutter war das auch bestätigt hat dass die von der forschungsarbeit herausgefunden haben dass die situation ernst ist und wir dringend klopapier kaufen sollen deswegen kauft klopapier dann ist das wirklich ein bisschen scharf wirds STEPHANie und dann wird das letztendlich ganz schön es wird ganz schön enthalten das ist wir